Hallo Kinder, ich bin Bob. Heute wollen wir das Alphabet lernen. Der erste Buchstabe, den wir suchen, ist das A. Los, suchen wir A. Kinder, könnt ihr A sehen? Er versteckt sich hinter dem Laternenpfahl. Oh, hallo Bob. Ah, kommst du mit? Ja, Bob. Was machst du da oben, B? Ich hab dich gesucht und da bist du ja. Schaut Kinder, da ist C. Er scheint irgendwo hinzugehen. Hallo Bob. Hallo C. Wo gehst du hin? Ich gehe in den Park. Warum kommst du nicht lieber mit uns? Oh ja. D. Was machst du hinter den Bäumen? Ich spiele Verstecken. Kommst du mit auf eine Vergnügungspfad? Ja. Ja. Hallo E. Wie geht's? Hast du Lust mitzukommen? Hallo Bob. Mir geht's gut. Danke. Ja, ich würde gerne mitkommen. Kinder, was ist denn das? Oh Gott. Das ist F. Hallo Bob. Hallo G. Wo gehst du hin? Hallo Bob. Ich treffe mit mit H. Komm mit. Hallo H. Hallo Bob. Geh, fahren wir mit Bob. Ja. Kinder, die nächsten Buchstaben sind I und J. Wir warten auf den Bus. Er bringt uns zur schwimmenden Insel. Ich fahre euch zur schwimmenden Insel. Kommt beide mit. Kinder, seht mal K. Er ist auf der Schaukel. Bob, kann ich mit meinen Freunden I und J mitkommen? Ja. Hurra. Warte auf mich. Ich will auch mit. Hallo M. Was machst du? Hallo Bob. Ich geh nach Hause. Warum kommst du nicht lieber mit uns? Ja. Hurra. Hallo N. Hallo O. Hallo Bob. Hallo Bob. Ja. Hallo P. Wo ist Q? Hallo Bob. Ich versuche Q zu finden. Willst du mir Q zu finden? Da. Q versteckt sich hinter dem Haus. Schaut Kinder. Da ist S. Hallo Bob. Hallo Bob. Ich warte auf R. Hallo Bob. Hallo T. Gehst du irgendwo hin? Hallo Bob. Ich gehe in die Stadt, um U und V zu treffen. Lass uns doch U und V zusammen besuchen. Ja. Hallo U und V. Kommt ihr mit mir, um W zu treffen? Ja, wir wollten W auch treffen. Lasst uns zusammen gehen. Hallo W. Hallo Bob. Ich warte auf meine Freunde T, V und U. Hast du sie gesehen? Ja. Sie sind an Bord. Willst du nicht mitkommen? Ja. Hurra. Sieh mal. All unsere Freunde. Können wir mitkommen, Bob? Ja. X, Y und Z. Ja. Das war ein Spaß. Bis zum nächsten Mal. Bye. 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 Untertitelung des ZDF, 2020